Die sieht aus wie ich. Was ist das lange, harte Ding? Meine Machete. Sie haben ihn reingelegt. Haben Sie schon mal jemanden getötet? Bei einem dreckigen Job. Der Senator muss sterben. Ich kann Sie nicht dazu zwingen. Aber ich kann verdammt nochmal dafür sorgen, dass Sie es bereuen, wenn Sie es nicht tun. Nun lässt er Sie dafür bezahlen. Wollen Sie damit sagen, dieser mexikanische Tagelöhner ist vom FBI? Er ist gut. Ein echter Gentleman. Er ist böse. Und jetzt soll ich dir helfen, all diese Männer zu töten? Ja, Padre. Mal sehen, was ich tun kann. Und jetzt wird es richtig hässlich. Jetzt komm schon zu mir. Ich kenn die Legende. Vielleicht ist die Legende besser. Das werde ich gleich wissen. Robert Rodriguez präsentiert Danny Trego Stephen Cigar Michelle Rodriguez Lindsay Lohan Erstmals Don Johnson mit Jessica Auber Wo warst du? Du hättest eine SMS schicken können. Machete schickt keine SMS. Und Robert De Niro Diese Kakerlake hat Kalaschnikows und zerstört alles, was hier in die Quere kommt. Machete hat mir eine SMS geschickt. Der ist hinter uns hier. Ich dachte, Machete schickt keine SMS. Machete improvisiert. Machete Wo willst du hin? Den Dreck wegräumen.